hallo und herzlich willkommen hier zur 28 folge von mir liebe engineers bei uns auf microhazard tv heute hier am donnerstag auf microhazard tv ich bin es der eiswengel begrüße euch heute zusammen mit dem heiko hallo da bist du auch wieder am fackeln rumlaufen ja ich habe es schon gemacht aber weiß der wie es ist etwas tricky mit den fackeln ich bin froh dass ich sie überhaupt öffnen lassen aber öffnen lassen einschalten lassen ja ja ich hatte gerade das tor am kopf deswegen habe ich öffnen gesagt ich check mal kurz den wasserstand hier unten da hinten ist wieder ein barbar ähm was frage ich denn jetzt mal um wie die läuft der hinten ist ein barbar getroffen jetzt kommt er auch die tor noch nicht ja gut ja jetzt fällt er um der war so schön weit weg heiko er war jetzt gerade aussah der ist ja voll den strand runtergerollt richtig ja jetzt muss ich mir wieder eine andere taste jetzt muss ich wieder f drücken ach gut ich gerade bei echo dran gewöhnt es drücken jetzt muss ich wieder f drücken ja habe ich auch schon gehabt schrecklich oder ja einfach mal alles gleich machen ja gut man kann die tastenbelegung erändern aber was war schon wieder ein bisschen gestiegen also die untere markierung sehe ich schon wieder nicht mehr ich gesetzt habe und zwar deutlich schon wieder gestiegen also fast die hälfte schon wieder höher wenn wir glück haben sind das gerade mal die beiden höchst und tiefst markierungen gewesen jetzt schon mal die beiden so haben wir noch was zu essen ich habe ein bisschen seegras was ich essen kann ich habe ein bisschen seegras gefuttert wir können ja auch nachher so richtig kampffschiff bauen wir haben ja extra die kanonen ja ich weiß dass wir kanonen haben ja fällt mir gerade so auf wenn ich gucke hier nochmal um ökter die schiffe durch so ich habe mir überlegt den boden von dem boot jetzt einfach nur flach zu machen heiko also flach ist er ja an sich eigentlich schon so ein kleines kampuff meinst du ach das war das falsche man ich wollte hier vorne die doofe ecke wegnehmen na egal dann nehmen wir halt nochmal alles weg mögest du vielleicht erstmal bitte was ansehen hier weil sonst gehen es irgendwann die ressourcen aus weil wir so wenig essen haben meinst du ja ich meine jetzt auch genau den flachs weil davon haben wir halt nicht viel davon haben wir nicht viel hast du mal da hinten in das fass reingeguckt ja du weißt du schon die flachs weg ist ne ja guckst du bitte mal in das fass rein wo in meinen markt stand ach 200 ist zu wenig ähm 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 was mach ich denn jetzt mal weil ich mein feld umgeraden bräuchte ich machen wenn du Blueprint-Building hast obwohl ne na aktuell brauche ich es nicht ich will das eigentlich gar nicht zu groß benutzen aber mal schauen das kann man höchstens benutzen wenn man selber jetzt irgendwelche Boote kopieren will oder so ja wenn man zweifel ein gutes Boot hat und davon noch ein zweites haben will Blueprint erstellen, kopieren mhm ja ich bin ja am überlegen wie man am besten ein Boot bauen könnte ja das ist ja das was ich auch gerade überlegen würde wollen aber das kann ich ja nicht ich soll ja jetzt ansehen wurde ja vom Herr und Meister zu verdonnert hier etwas anzusehen ja naja ihr habt das alle gehört Leute er hat mich gerade dazu verdonnert ich hab dich höflich gefragt nein hast du nicht du hast gesagt ich soll ich soll weil sonst die Ressourcen ausgehen deiner Meinung nach was soll ich denn unbedingt ansehen noch mehr Flax ja Kürbisse definitiv nicht nee jetzt keine Kürbisse alles aber keine Kürbisse und Weizen könnte ich auch wieder gebrauchen ja ich weiß ich will ganz immer Weizen gebrauchen du könntest mir mal bei Gelegenheit nochmal ein paar Lineseed Oil äh machen ähm dann bin ich bei ich brauch halt bloß jetzt Clay dann besorgt die Clay du sagst ich soll Flax besorgen darum kümmere ich mich und du musst halt den Clay besorgen dafür ja hast du noch Weizen über oder hast du alles verballert alles weg aber ein bisserl habe ich glaube ich noch nicht viel aber ein bisserl oh ein Reh sonst würde ich gegebenenfalls noch ein bisschen mehr ansehen wenn du noch ein bisschen Weizen über hast ja du hast doch gar nicht benutzt was ich hier reingeschmissen habe so wirst du du merkst nicht wenn ich hier was rein dann schmeiße warte mal nie genau okay ja ja kann er mal anhalten nein kann er nicht und du weißt das ich will mal E drücken schrecklich ich weiß gerade nur auch dass der mal anhält ی du du und du 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 so hat mich aufgefordert für mehr sagt für mehr sachen zu sorgen dann machen wir das doch mal war heute immer ab langs für die hat berechtigterweise man muss so kalkuliert wie in world of warships vorhalten das hat die entfernung und geschwindigkeit allerdings tut das vier auch noch haken schlagen das ist natürlich kacke das tun schwere schlachtschiffe allerdings nicht mal eben schnell haken schlagen so ein zerstörer schafft das schon mal aber einen kleinen haken mal eben zu schlagen aber ich weiß dass meine zuschauer immer wieder wenn ich hier was ansehen soll immer wieder nur sehen dass ich gerade wieder sähe unser re ist gerade in den fluss gesprungen naja ist doch schön und untergetaucht oh da hättest du das re wieder hättest du es mal verhaftet die verdunklungsgefahr ist ja untergetaucht ja meine witze ich weiß ich hab's erwischt sehr schön aber er ist noch nicht tot das ist nicht schwer eigentlich reicht ein schuss er hat das müssen gebraucht abgehauen nachdem wo du es triffst läuft es immer kurz noch ein stück bevor es umfällt ja ich hab's im hinterteil getroffen da muss man nur dran bleiben du hast keinen plattschutz gemacht heiko hey manchmal hab ich ein re erlegt jetzt weil du auch kein fleisch in deinem lager hast nicht viel ich hab alles von mir verarbeitet hast du nicht ich sag dir auch niemals wenn du es rein verpackt doch haben wir gesagt nein es war nur beim letzten mal schon ich hab letztes mal schließlich auch geerntet da hab ich auch weizen reingelegt oder von wegen du hast alles verarbeitet stimmt ja nicht ja gucken wir mal in die kiste wieder rein ja da liegt ein bisschen was da ist nicht alles verarbeitet kann mir ja so weizen direkt wieder oben rein werfen du hast gerne Convairleitung ne mhm die das gleich automatisch in die Mühle reinschmeißt ja dann müssen wir wieder das beste Ingenieur spielen heiko da kannst du eine Convairleitung bauen oder Satisfactory oder Satisfactory das geht auch aber da läufst du nur durch die Gegend und machst das mhm da kannst du wenigstens noch damit mit den Fahrzeugen die du gebaut hast oder Flugzeugen du glaub ich die Gegend fliegen noch ein bisschen ja mhm so heiko möchte ist der Meinung dass wir noch mehr Flax brauchen ok dann bauen wir noch mehr Flax an ähm ähm fangen wir sicher nicht wenn wir noch mehr Flax brauchen spätestens wenn wir anfangen wirklich hier äh Schiffe mit Segeln zu bauen dann auf jeden Fall ja oder allgemein bei vielen Schiffsachen weil wir da echt viele Seile brauchen Leute ich werde versuchen euch zukünftig vom Sänen zu verschwinden Das habe ich auf jeden Fall schon. Ne, das nervt ja irgendwann. Ich bin ja am Leben, was ich überhaupt noch brauche. Hätte auch keiner Lust jetzt hier zuzugucken, wie jemand nur die ganze Zeit das ansät. Ja, krass. So, nochmal für euch auch den Hinweis, ihr habt ja nun, oder naja doch. Na ja, man könnte das schon ihr sagen, weil die wenigen Zuschauer, die wir haben, sind wahrscheinlich auch die einzigsten, die abgestimmt haben. Ich habe mal durchgerechnet, Heiko, das sind in der Zwischenzeit 18, die abgestimmt haben, weil ich zuletzt gesehen habe. 18 heißt, es sind nicht mal ein Prozent unserer gesamten Abonnenten. Es sind etwa 0,75 Prozent, haben abgestimmt und davon hat die Hälfte, also von unseren ganzen Abonnenten haben etwa 0,35 Prozent gegen LS gestimmt. Ja, aber von allen Abgestimmten hat der LS mit 50 Prozent verloren, denn 50 Prozent haben gesagt, erstmal eine gewisse Zeit lang nicht mehr. Ja. Somit haben wir uns jetzt, ich meine die Abstimmung lasse ich noch drin, ein paar Tage zwar, aber bis zum Wochenende wahrscheinlich. Aber im Endeffekt wird der LS haben wir uns schon entschieden abgesetzt. Dafür ist jetzt nämlich auch Echo entstanden, wieder mal. Ja. Sogar mit dem Bio wieder mal. Mal gucken, wie lange er da ist. Ich glaube noch nicht daran, dass er dauerhaft da ist, Heiko. Ja, wir werden es sehen. Aber dann passt ihm wieder irgendwas nicht von dem, was da abläuft und dann kommt er wieder nicht mehr. Aber gut, schauen wir mal. Wir werden es sehen, genau. Aber in der Zwischenzeit haben wir Echo gestartet, vorgestern für euch als Livestream. Und jetzt kommen um 8 Uhr abends immer Folgen. Der nächste Livestream kommt gleich am Samstag übrigens von Echo wieder um 20 Uhr. Genau. Und ja, sind wir mal gespannt. Ich glaube, jetzt hat er ja nur mit Booten fischen können am Moment. Kann sein. Du hast das mitten auf dem Acker sitzen? Ja, ich habe es mitten auf dem Acker sitzen. Das ist aber auch mein Flock zum Bauen. Ach so, die Werftwand, die habe ich auch bei mir sitzen, ja. So, liebe Leute, aber die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Jetzt habt ihr mich nur am Sehen gesehen, weil Heiko vielleicht mehr Flachs haben. Ja. Heiko ist hier der Lagermeister. Heiko bestimmt, wann was angebaut wird. Ja. Ich bin gespannt. Wenn wir beide zusammen auf einen Barbaren schießen würden mit der Armbrust und beide gleichzeitig treffen würden. Ja. Wäre er instant tot, ne? Echt? Ja. Zwei Schuss reichen mit der Armbrust, wenn du triffst. Boom. Also. Mit meiner Armbrust zumindest. Aber ich habe auch die Stahlarmbrust. Kann sein, dass bei deiner drei Schüsse benötigt werden. Mhm. Glaube ich nicht auch. Ähm. Ich glaube nicht, was davon abhängt, wo du ihn triffst. Ja. Mich weißt ehrlich gesagt schon, so ein schön fettes Schiff zu bauen, ne? Aber wie? Ja. Wie? Genau. Deswegen will ich erstmal klein anfangen. Ich fange jetzt nicht an... Da fange ich jetzt wirklich mal nicht mit einem Monsterprojekt an, Heiko. Wie sonst immer. Dass ich gleich einen riesen Schlagschiff hier einen Fünfmaster baue, die Gorch Fock nachbauen will oder so. Ähm. Die Black Pearl. Nein. Es gibt schwarze Segel. Ja. Bauen wir die Black Pearl. Nein. Ähm. Wäre aber schon eine geile Idee. Wäre eine geile Idee, ja. Aber, äh, nein. Äh. Und am besten mit Motor statt Segel. Äh. Ja klar. Lässt sich einfach viel leichter steuern. So. Ähm. Nein. Aber, ähm. Wir... Ich will erstmal klein anfangen und erstmal wenigstens so ein kleines Boot. Erstmal Erfahrungen sammeln, was die Steuerung des Bootes angeht. Ich will nicht gleich ein riesen Monsterding bauen, das Ding vom Stapel lassen. Ja. Dann, äh, hängt das Ding schief im Wasser, dann, äh, kann ich es kaum steuern, was weiß ich was, ja. Erstmal Erfahrungen sammeln mit einem kleinen Boot. Mhm. Zwecks der Steuerung, der Manövrierbarkeit, wie das mit dem Anlegen ist, dem Festmachen, weißt du? Ja. Ich will dann auch noch so einen, äh, Schwimmanleger bauen, Heiko. Okay. Wegen den Gezeiten, weißt du? Pfff. Ja. Weil da, wo du große Wasserhöhlenunterschiede hast, ist das nämlich schwierig mit, äh, Festmachen an der Kaimauer. Ja. Weil wenn du zu viel Spielraum lässt, kann das Boot ja, zumindest im realen Leben zumindest, gegen die Kaimauer geschlagen werden. Und dann kann es ja ganz kaputt gehen, wenn es zu stark durch Strömung oder so die Kaimauer schlägt. Ja. Also macht man es relativ fest in der Kaimauer fest. Bei Sachen mit Gezeiten geht das aber schlecht. So, wir haben ja eben währenddessen die Aufnahme gerade läuft ein Abo bekommen. Mhm. Und, ähm, ich kann es aber direkt mitteilen, die Folge ist somit auch zu Ende. Und deswegen sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder. Schaltet wieder ein. Wir würden uns sehr freuen. Und verabschieden uns und sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss.